Und jetzt geht es hier bei uns bei Perl TV wieder um das Beste aus dem Katalog. Kennen Sie das? Sie gehen morgen zu halb verschlafen ins Bad und freuen sich auf die warme Dusche. Dann gehen Sie in die Duschkabine und das Wasser brasselt auf Ihren Körper langsam, wachen Sie auf und werden wieder frisch und dynamisch und genießen das warme Wasser auf der Haut. Und dann gehen Sie aus der Duschkabine raus und nehmen Ihr vorgewärmtes Handtuch und kuscheln sich ein und fühlen sich gleich wie in einem Luxushotel. Nein, Sie kennen das nicht mit dem vorgewärmten Handtuch. Ja, dann wird es aber mal Zeit, dass Sie das kennenlernen, weil Danny hat uns hier jetzt ein Produkt hingestellt, sogar zwei davon, die genau das Ihnen verschaffen. Nämlich vorgewärmte Handtücher und was Besseres kann es doch gar nicht geben, oder? Ah, das hast du wirklich schön erklärt gerade, weil es ist wirklich so ein Wohlfühlfaktor, wenn man dann aus der Dusche kommt. Dann ist es ja kurz so ein Gänsehautmoment und dann steigt man vielleicht auch in einen Bademantel, der kurz über diesen wunderbaren, ja hier unserem Handtuchwärmer aus Alugehäuse. Deswegen sage ich, Alu ist es ganz leicht, ganz, ganz schön von der Qualität und hier, wenn man dann so diesen Bademantel drübergehangen hat und danach steigt man dann in diesen Bademantel, das ist wirklich so ein bisschen Luxus. Das ist so ein bisschen, oh, da bin ich wirklich dankbar, dass ich diese kurze, fröstliche Phase dann schnell überwunden habe. Und dieser schöne Handtuchwärmer, also ich habe auch gerne hier mal mein T-Shirt drauf, weil wenn man dann so eine warme Kleidung anzieht, das ist natürlich auch richtig schön schnuckelig auf der Haut. Aber der Verbrauch, ja, der Bedarf, der Energiebedarf sind nur 90 Watt. Und dann muss ich wirklich nochmal lesen und gucken und checken, das sind wirklich nur 90 Watt, ja. Das ist der Wahnsinn, aber dann hat man hier so ein ganz schönes, warmes T-Shirt oder ein ganz schönes, warmes, kuscheliges Handtuch, in dem man sich dann trocknen kann. Und das sind so die kleinen Dinge im Leben, die wirklich dann so das Leben versüßen und auch die Lebensqualität steigern. Und ganz ehrlich, 90 Watt werden Sie ja kaum auf der Stromrechnung sehen. Und schauen Sie mal, da ist es mit den Füßen aufgebaut, wie bei uns eben gerade im Studio. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass tatsächlich per Wandhalterung, die wird auch mitgeliefert, diese Montagedetails. Und dann können Sie sich an die Wand hängen und dann, es ist einfach praktisch, einfach, energiesparend. Zum Hinstellen ist es eben optimal für Mietmohnungen, da müssen Sie keine Löcher bohren oder so. Und es ist auch ganz, ganz einfach zusammenzubauen. Und eben, wenn Sie sagen, ich hätte es gern fest installiert an der Wand, kein Problem. Wir haben ja nur ein Ein- und Ausschalter, der ist spritzwassergeschützt und eben ganz leicht. Nur 2,2 Kilo ist ein Alugehäuse und wirklich, das sind so die kleinen Dinge im Leben, wenn man dann der Liebsten ein warmes Handtuch reicht. Ich sage Ihnen, dann ist gleich der Haussägen, der hängt direkt so, wie er hängen soll, nämlich richtig, richtig gut. Und das, was ich am Anfang erzählt habe, diese kleine Geschichte, das ist ja für viele noch Illusion. Es kann jetzt aber wahr werden. Und was mich noch beeindruckt, es gibt viele praktische, tolle Sachen, die sehen einfach nicht gut aus. Es gibt viele Sachen, die sehen gut aus, die sind nicht praktisch. Hier haben wir etwas unglaublich Praktisches und schon Luxuriöses. Und es sieht hervorragend aus. Und das auch noch zum bezahlbaren Preis. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung, die möchte ich noch mal kurz erwähnen, von 99,90 Euro. Ich denke, das ist ein ganz regulärer Preis für so etwas Tolles, stilvoll Aufgebautes. Aber jetzt sehen Sie gleich wieder eingeblendet den Preis 46,86 Euro. Das ist Ihr persönlicher TV-Sonderpreis, exklusiv für Sie als TV-Zuschauer. Und ich muss sagen, das ist so schmeichelwarm, auch jetzt für meine Hand. Und dieses Aluminium fühlt sich so super an. Und jetzt hier auch mal Kleider an einem kalten Tag, wenn das nur ein T-Shirt ist, vorheizen. Und das ist natürlich auch schön. Aber wieder mal bei dem Grundgedanken. Sie kommen aus der Dusche und ziehen sich dann gerade mal das vorgewärmte Handtuch um den Körper. Und schon hat man diese Wärme, die man in der Dusche eben so liebt, die hat man nach draußen mitgenommen im Prinzip. Und danach noch den vorgewärmten Bademantel anziehen. Also das ist doch Luxus pur, aber Luxus, der bezahlbar ist. Ja, ja, wirklich Luxus zum ganz kleinen Preis, weil diese Vorstellung, einen warmen Bademantel sich dann umzuhängen. Oh, da hat es sich wirklich gelohnt. Das ist so der kleine Luxus im Alltag, der einem wirklich dann so ein bisschen mehr gute Laune gibt. Und das halt auch zum sehr kleinen Preis, 46 Euro und 86 Cent. Und wirklich nochmal zum Strom, zum Energiebedarf. Das sind ja nur 90 Watt, also das sieht man nicht auf der Stromrechnung. Das ist ja wirklich kaum erwähnenswert. Und dann haben wir halt auch noch so ein schönes Produkt. Also ich als Frau, es muss immer ästhetisch und optisch gut aussehen. Und dann ist es auch noch leicht, einfach zu installieren, einfach die Füße dran. Oder eben mit der Wandaufhängung an die Wand angebracht. Und dann haben Sie hier Ihr kleines Luxuselement zum kleinen Preis und können täglich in warme, ja, entweder ein warmes T-Shirt anziehen. Das sind so die kleinen Dinge im Leben. Oh, das macht eine Riesenfreude. Und da freut man sich dann jeden Tag, ja, über so Kleinigkeiten eben. Wir haben ja diese sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, quer streben. Und jede einzelne ist richtig schön kuschelig warm. Oh, es wird richtig warm da jetzt langsam. Und dann können Sie natürlich ganz einfach Ihre Handtücher erwärmen. Aber ich mag es so ein bisschen luxuriöser, wenn dann die Wäsche auf dem Körper auch noch warm ist. Dann fühlt man sich direkt besser, trinkt sein Käffchen und geht gut gelaunt zur Arbeit. Und die Welt ist in Ordnung. Richtig, die Welt ist in Ordnung. Und das ist doch das, was uns zurzeit am Herzen liegt. 2020 ist, glaube ich, anstrengend genug. Viele Unstimmigkeiten, so möchte ich es mal nennen, weltweit. Aber zu Hause, da können Sie sich eben richtig luxuriös machen. Und das ist so eine Kleinigkeit. Ich bin auch wirklich extrem überrascht. Wir haben ja diese Handtuchwärmer erst in der Sendung oder kurz vorher angeschaltet. Und wie schnell das geht, Danny, bis die Wärme hier entwickelt ist. Jetzt haben wir diese angenehme Wärme, die jetzt eben Ihre Handtücher oder Ihre Kleidung oder Ihren Bademantel vorwärmt. Und Sie sich schon darauf freuen können, dann die warme Kleidung zu genießen oder das warme Handtuch. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo es jetzt immer fast täglich kälter wird, ist das, glaube ich, das Richtige. Es sieht stilvoll aus. Es ist stilvoll. Und dieses Silber, das ist ja auch schön, das passt wirklich zu jeder Badeinrichtung. Egal, ob man weiß hat oder vielleicht auch bunte Fliesen, das gibt es ja auch im Bad. Es passt überall hin und sieht toll aus und ist bezahlbar. Das ist ja auch noch wichtig. Genau. Und ich stehe sehr auf diesen matten, leichten Glanz von diesem Alugehäuse. Ist auch ganz fein verarbeitet. Und eben diese sechs Streben hier und dann mit links und rechts diesen beiden Pfosten sozusagen, aber dann unten der Standfuß, den Sie gerne auch anschrauben können. Ganz einfach im Montagedetail damit mitgeliefert. Oder eben auch an die Wand anhängende. Da sind so zwei, vier Wandanhängungen sind es genau. Die können Sie dann auch einfach dran klipsen. Und eben, wenn Sie sagen, ich mache gerne da ein paar Löcher in die Fliesen, weil das Haus gehört mir oder ich bleibe hier lange. Und es ist einfach mein Stil, das an der Wand zu haben, weil dann ist es ja noch platzsparender. Wenn es an der Wand ist, ist es ja kaum zu sehen sozusagen. Und es ist wirklich auch, wenn Sie eine Tür da haben, die kann auch noch gut schließen. Es ist dann Platz sparen, Energie sparen und dieser kleine Luxus im Leben, der versüßt einem wirklich so die kleinen Momente. Das ist doch wirklich das, was immer zählt dann. Ja, hier sehen wir es in der Wandhalterung. Aber was ich mir auch gut vorstellen kann, man hat ja oftmals links, meistens sogar vom Waschbecken, hat man diese Streben, wo man das Handtuch hinhängt. Und wenn man diese Streben einfach mal zur Seite macht und das hier längs reinschiebt, dann hat man hier den perfekten Handtuchhalter. Im Normalfall nicht vorgewärmt, aber sobald Sie ihn einschalten, dann wird das Handtuch vorgewärmt. Ob es ein großes oder ein kleines ist, ganz egal. Warme Handtücher, das ist doch so ein richtiger Traum im Sommer. Und dann, im Winter meine ich natürlich, im Sommer brauchen wir es nicht unbedingt, da macht es die Sonne. Aber uns scheut es ja oftmals, ist das Ihnen auch schon so gegangen, dass Sie im Bad unter der Dusche stehen und da ist es schön warm. Und dann denkt man, oh, jetzt muss ich raus, da draußen ist es kalt, dann friere ich nicht, ich bleibe noch ein bisschen länger unter der Dusche. Ich glaube, das haben Sie auch schon mal durchgemacht. Das können Sie natürlich auch weiterhin machen. Aber es ist ein ganz anderes Aussteigen aus der Badewanne oder aus der Dusche, wenn man weiß, die Handtücher sind vorgewärmt und kuschelig warm. Wir machen es bezahlbar, 46,86 Euro, Ihr TV-Sonderpreis, kommend von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,90 Euro. Und ich kann nur sagen, hier, nehmen Sie sich die Freiheit, etwas Luxus für sich in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das ist nur ein kleiner Luxus, aber ein sehr angenehmer Luxus. Die Bestellnummer nochmal für Sie, das ist die NX 3081 und die 569. Und dann wird dieser kleine Traum von Luxus, wird wahr. Und warme Handtücher, morgen früh nach dem Duschen, denken Sie mal dran, wenn Sie aussteigen und es kalt ist. Dann sagen Sie, jetzt aber, jetzt wird es Zeit, dass es kommt, ist in wenigen Tagen wieder lieferbar. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie an uns denken, beim nächsten Mal duschen. Hm.